Diesen Bericht präsentiert euch Speck Pumpen, die Hochleistungswasserpumpe von Speck. Ein wunderschöner M1. Ja, was ganz Exotisches, das ist wirklich ganz was Spezielles, was der Walter Brunn 82 geplant hat umzusetzen, aber dann natürlich durch den Umstieg auf Gruppe C das fallen lassen. Mein Vater hat damals dann die Karosserie-Teile alles gekauft und durch einen glücklichen Zufall auch die M88 Turbo-Teile und so haben wir jetzt das Projekt vollenden können und das war halt ein Lebenstraum das umzusetzen. Ein ganz spezielles Auto, aber das ist nochmal von anderen Planeten. Also wenn das Ding von hinten anschiebt, ist es wie eine Rakete hinten gezündet und dann ja. Bestimmt bei den 800 Bär, ich denke mal, dass das auf das rausläuft, aber ich weiß gar noch gar nicht so viel drüber, aber es funktioniert einwandfrei, also top. Die deutsche Rundstrecke-Meisterschaft, die im Rahmen der DTM 2022 jetzt mit dabei ist und solche wunderschönen Fahrzeuge präsentiert, wir können nur Danke sagen, dass wir diese Fahrzeuge wieder auf der Rennstrecke sehen. Danke an euch, super, danke dir auch. Rundstrecke-Meister Untertitelung des ZDF, 2020